Also, alles okay, alles klar. Okay, sonst verreisen wir nach Mallorca, Alter. Das ist weit verreisen, Alter. Weit weg, Alter. Wie viel Sonne ist. Lanzarote. Du bist ja ein Wichser, du bist ja schon ein paar Mal verreist, Alter. Nur einmal in meinem ganzen Leben hab ich das Meer gesehen, Alter. Ja? Ja, Mann. Boah, das ist hart, Alter. Okay. Ich war zehn Jahre da für den Wichser, Alter. Mehr soll ich verdienen. Zehn Jahre, Alter. Du bist ja nicht für deine Wichser verreisen. Ich weiß auch, bald übelst, Alter. Mit mir, Alter. Ja, Alter. Bastard! Scheiße! Warum lachst du, Alter? Weil jetzt alles andere als Urlaub ist. Genau, brauche ich noch mal Urlaub, Alter. Ich rechne mir gleich zweimal den. Ich rechne mir gleich zweimal den. Krass, krass. Wo ist das? Was? 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 Oh. Jetzt war die Rache, Alter. Was? Was? Guck mal jetzt. Oh, hast du gesehen? Oh! Oh. Mach mal. Oh. Warte noch mal. Er damit, er damit. Dammit, Dammit. Warte noch mal! Warte noch mal! Warte noch mal!